Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin ja momentan gerade beim Holz spalten und Holz machen und für den Winter ein bisschen vorsorgen. Oder zumindest für die in zwei Jahren für den Winter dann vorsorgen, weil das Holz muss ja nach zwei Jahren getrocknet werden. Und ich wollte euch mal was aufzeigen, was mir hier aufgefallen ist. Und zwar sieht man an diesem gespaltenen Holz, wenn ich das mal aufklappe, wie hier ein Nagel herausschaut. Und dieser Nagel ist jetzt schon zwar eingewachsen, aber ist dann am Ende auch verrostet. Und viele werden schon sagen, naja, wieso ist der Nagel verrostet, wenn der eingewachsen ist? Ja, da so ein Baum oder das Holz eine wasserführende Schicht ist, beginnt dann natürlich der Nagel hier zu rosten. Und hier drüben haben wir dann nochmal so ein anderes Beispiel. Seht ihr, wie der Nagel hier herausschaut? Der ist eben auch schon eingewachsen. Hier sieht man nichts mehr drauf auf der anderen Seite. Und da sehen wir auch schon diese Verfärbung am Holz, also dass das nie gesund für so einen Baum ist. Und dann, wenn Nägel zu rosten anfangen, dann ist das auch immer eine Gefahr für eindringende Bakterien oder sonstige Pilze. Also alles, was so in der Natur kreucht und fleucht oder Insekten können dann sich auch hier festsetzen. Und von daher ist das immer eine sehr unschöne Geschichte, wenn dann die Nägel anfangen zu rosten. Und wer mal einen Nagel in den Baum schlagen muss, der sollte eventuell dann auf einen Aluminiumnagel zurückgreifen, weil Aluminium rostet ja bekanntlich nicht und schädigt dann den Baum nicht so immens. Ja, und da ist mir auch noch das Mikrofon hier ausgegangen und alles in allem also eine ganz unschöne Geschichte für den Baum. Und wer mal einen Nistkasten aufhängen möchte, nimmt dann bitte einen Aluminiumnagel und da gibt es dann keine Probleme. Und ja, wollte ich euch nochmal aufzeigen hier. Bis zum nächsten Mal.